Hey, du möchtest unbedingt in meine PS4-Freundschaftsliste rein, unbedingt, aber ich dachte, kommt vorab, es ist nicht kocht genug, kocht genug ist es leider nicht, guck mal like, aber es ist leider so. So, dann darf ich erst mal, wie du in meine PS4-Freundschaftsliste reinkommst, ja, du musst mir einen Charakter auch im Fortnite-Shop schenken, egal ob das ein Charakter ist für 800 Vibach, das ist egal, oder ob das ein Charakter ist für 1200 Vibach, oder ob das ein Charakter ist für 1500 Vibach, oder ob das ein Charakter ist für 2000 Vibach, es ist egal, welchen Charakter du mir schenken musst, egal wie keuer der Charakter ist, das ist egal, ob der nur 8 Euro kocht oder 11 Euro kocht oder ob der Karkka 15 Euro kocht oder ob der Karkka 2 Kaugen Fibach kocht, es ist egal, es muss ein Karkka sein auf den Fortnite Shop, den muss du mir schenken und dann kommt du in meine PS4 vollen Kaufflisch rein. Ja? Und wie gesagt, das kann ich auch Jäger leisten, gehe ich jedenfalls von auch, weil ein Karkka für 800 Fibach ist nicht keuer, sind nur 8 Euro und ich finde 8 Euro hat Jäger über und ich finde 8 Euro hat Jäger über noch wichtig zu erwähnen ich nehme keine PSN-Karten an, mache ich nicht PSN-Karten nehme ich nicht an Guthaben-Karten nehme ich nicht an Karriere, ich nehme keine Guthaben-Karten an also falls jemand probieren mir Guthaben-Karten-Euro zu schicken nehme ich nicht an ja, Guthaben-Karten Guthaben-Karten PSN-Karten nehme ich nicht an dass ihr beteiligt wisst Guthaben-Karten nehme ich nicht an ich nehme nur das an was ich erwähnt habe Karriere, auch im Fortnite Shop nehme ich an die könnt ihr mir dann schenken Viergard und Guthaben-Karten könnt ihr mit mir schocken und kommt in der PS4 FA-Listice rein in der Epic-Fortiment kommt hier rein also mein Epic-Name geht ja hier oben auch nochmal so also wer mir FA klicken will hier oben ist nochmal mein Epic-Name aber in der PS4 FA-Listice kommt hier nur rein wenn ihr mir auch im Fortnite Shop einen Charakter schenken guckt egal welcher Charakter, egal wie keuer der Charakter ist, das ist egal ob das ein Charakter von 800 Blatt ist oder nicht, das ist egal wie keuer der Charakter ist. Wichtig zu erwähnen ist wer das Vorhaben gut, mir das was auch ein Job gut schenken, wer das sagt, ja ich hab Bock und ich will unbedingt in deine PS4FA-Liste rein schick mir bitte auf WhatsApp eine Nachricht und ja, dann lage ich dich in meine Lobby über Epic-Folge ein und dann kannst du mir den Charakter auch in den Job chenken und dann kann ich dir gefolgt auch über PSNFA schicken so läuft das ab weil sonst weiß ich ja immer nicht, wer mir da was schenken guckt das ist immer eine Kacke, da kommt man dann schon durcheinander und so, deshalb ist es besser, wenn du mir über WhatsApp eine Nachricht schicken guckst meine Community-Handy-Nummer ist hier unten in der Videobegreibung also schick mir über WhatsApp eine Nachricht in die Nachricht schicken guck einfach rein dass du unbedingt in meine PS4FA-Liste rein willst schicken guck in die Nachricht rein und ja, wenn du schicken guck rein, dass du mir den Charakter auch in den Job schicken willst und ja, so einfach geht das wie gesagt, meine Community-Handy-Nummer ist hier unten in der Videobegreibung falls du wirklich unbedingt in meine PS4FA-Liste rein willst ja wie gesagt, ich muss das leider gut machen gut mir leid Leute von die Leute, die ich das nicht leisten kann es gut mir wirklich unendlich leid für euch aber ich muss das leider gut machen gut mir leid ich bin nicht geldgeil, nein, nein aber ich muss mir auch einfach einfallen lachen weil ich kann nicht mehr jeden FA aufnehmen weil manche Leute haben gar kein Benehmen und manche Leute benehmen dich wie die Acht im Weige kein Benehmen, lahm ich Gauer auf Parki ein, beleidigen mich und alles und von daher habe ich mir noch einfallen lachen und ich finde das ist für alle gute Option weil ein Charakter für 800 Fieber kann mir wohl jeder schenken weil 8 Euro ist nicht viel der halbe Euro ja, falls du das Vorhaben solltest, wie gesagt hier unten in der Videobegreibung da geht meine WorkApp Community-Handy-Nummer da kann ich mir eine Nachricht schicken und dann kommen wir uns miteinander und gehalten so weichgebescheid? Wunderbar also kocht genug kommt man nicht mehr in meine PS4-F-A-Diskal rein und ja nur noch so kommt man in meine PS4-F-A-Diskal rein anders weigern nicht mehr aber in meine Epic-Vollenschaftflüchte kommt jeder kocht genug rein aber gar kein MFA-Ticken, hier oben ist meine Epic-Name da ja da haben wir kein MFA-Ticken